Musik Dort solltest du einen weißen Drachen geben, der euch hilfreich sein könnte, aber er geht jetzt besser. Gut Opa, wir gehen dann los. Ihr seid hier immer willkommen, wenn ihr eine Pause braucht. Ja, normal ich auch, wie gesagt, ich habe das das letzte Mal extrem blöd, extrem blöd Schluss gemacht. Also, naja, man soll doch den richtigen Chaos wählen, dann braucht man sich auch nicht wundern. So, drei, eins, zwei. Vor allem hier hast du natürlich dann den Zauber, der, äh, aber sonst gab es hier nichts. Ich meine auch irgendwie, aber das bringe ich wahrscheinlich wieder durcheinander. Ich meine auch, wie gesagt. Ockes Sopa. Oh Gott, was bin ich froh, wenn wir endlich den Bogen wieder los sind. In dem Bogen, die tut kaum einer Mögen. Oh Gott. Ich kann sagen, der muss garantiert zerreißen, soviel wie der jetzt gerade Kars technisch auf den Sack gekriegt hat. Ich glaube, 20. Wow, Batsch, keine Kiste. Hm, okay, dann schauen wir mal. Was wir für den entsprechenden Orbschalter benötigen, denn hier geht es nicht weiter. Boah, die scheiß Traumkriecher. Hier sind die Traumkriecher? Ich glaube schon. Ja, hier haben wir den nächsten Orbschalter. Und da lassen wir doch gerade mal die gute Elektra drauf schauen. Elektras Magie könnte helfen. Zufälle gibt's. Ich würde mal auf den Orkanschub tippen. Oder auf den Blitz, ich weiß es nicht mehr. Jawohl. Erdkriecher. Erdkriecher. Ja genau, die konnten Traum Tulpe. Deswegen. Aber auch du mein Freund dort oben, du wirst auf deine Fratze bekommen. Sludge. Juhu. Klatsch. Juhu. 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 Ach genau, hier war eine Sackgasse. Das war das nächste Bild wo es erst weiter ging. Juhu. 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 angewöhnt hatte, dass ich halt wirklich die ganzen Bildschirme kliere. Hey, Faker, WB. Hä? Hat der jetzt geschossen oder nicht? Hat er nicht gesehen. Ah, ja, gerade die Magie vom Mädchen alles auf 3 gebracht und bei der Kobold in Elektro auf 3. Au. Turbo Puschel ist erledigt. Ja, aber großartig werde ich hier jetzt auch nicht weiter grinden. Ich werde jetzt zusehen, dass ich in Richtung Lufti komme. Und nicht Flamy, es ist Lufti. Ich werde nachher ein Dingelchen holen von der Dingelcheninsel. Weil es gibt nichts cooleres als ein Dingelchen von der Dingelcheninsel. Oder Faker? Zappel rieb, zappel rap. Christ Zauber hat die Dame noch keine. Mädel, zaubern! Jetzt! Danke! Seehasenschwanz! Gott, ey! Das tut dir echt richtig weh. Seehasenschwanz! Mann, ey! Vor allen Dingen, warum Seehasenschwanz? Ich sehe da überhaupt keinen ähm... Keinen Zusammenhang dazu, was was das Ding halt im Endeffekt dann halt für einen Effekt hat. Ich sag, beim Dingelchen wird es zwar auch nicht erklärt, aber ich sage mal, ähm... Beim... Beim Dingelchen... Das könnte in Anführungszeichen alles mögliche sein. Ich finde, das gibt dem Ganzen dann halt schon... schon gerade wie der Charakter. Ja, mit einem Dingelchen geht das. Aber was ist das für ein Dingelchen? Ja, ich weiß nicht, was das für ein Dingelchen ist, aber es ist... wichtig. Oh, was freue ich mich schon auf den Sankenkantinent, auf die Stahlkriecher. Ach, ernsthaft. So Tode gebissen von einem, äh... Pogo-Puschel. Ich muss unbedingt mal gucken. Ich hätte so gerne ein, äh... ein Pogo-Puschel hier für die, für die Couch. Für, für neben den Goomba, für neben den dreiköpfigen Affen, neben Sonic. Das wäre schon, das wäre schon ziemlich awesome. Und den Creeper. Ich habe den Creeper vergessen. Oh, ein Bogen ist auf drei. Geht doch. Oh, wir schießen jetzt schon immerhin zwei Pfeile. Ah, Madame. Ah, vor allem gut, Faker, dass du da bist. Kann ich dich halt, äh... gerade mal fragen, äh... wie heißen die Pilze hier? Willkommen im Trüffeldorf. Keine Panik, wir sind harmlose Pilzköpfe. Vor allem hier gibt es ja den, den Running Gag hier bei ihm. Er kann Pilz. Das Pilzsprache bedeutet, ich liebe dich. Und hier gibt es ja drölfzig Leute, die dir irgendwas anderes für, äh... Er kann Pilz sagen. König Pfitterling kann euch sicher helfen. Bleib hier? Vergiss nicht einzukaufen, bevor ihr geht. Ich hasse Pizza mit Pilzen. Okay, der weiß nicht, wo war denn der andere? Weil es gibt mindestens noch einen, der halt auch sagt, dieses... Hey, er kennt Pilz heißt... Bla. Na du, das sind aber seltsame Pilze. Hier wohnt unser König. Oh, verzieh nicht. Ich will einkaufen. Alter! Oh, gehst dann hier wieder Ohrenstopfen beim Konzertring gehabt. Da jucken einem hier wieder die Ohren. Yeah, wir kriegen den Helm von Schredder. Oh, einmal. Pinke Anzüge. Drei. Zwei. Drei. Die blauen Mütze haben wir schon. Eins. Zwei. Drei. Und für den normalen Preis nehmen wir auch noch uns volle Walnüsse mit. Geht's langsam aber. Sag mir nicht, wie viel ich essen darf. Sonst gibt's Pizza mit Pilzen. Verdammt, da wollte ich gar nicht hin. So. Stahlkappe. Vor allem gibt es jetzt auf jeden Fall wieder einen ziemlichen Boost an Rüstung. Oh, die alten habe ich auch noch dabei. So, alle wegschauen. Mädels sind am Umziehen. Hier gibt's immer noch keine Alternative als die Schleife. Echt? Ich meine, ihr könntet ihr nicht auch hier irgend so so ein Blechhelm aufziehen? Ich glaube, das war aber dann erst der Graue. Vor allem, ich stelle mir das gerade nicht lustig vor. Wir sind die legendären Helden in rosa Strampfelanzügen. Ja. So. Weg. Weg. Frittenterror. Grüß dich. Alles fit. Wochenende gut überlebt. Okay, ich dachte, ich habe denen das falsche Zeug angezogen. Okay. Na. Okay. Joa, hast aber bei den Mädels die falschen Armbänder angelegt. Ja, ja, ich habe es gerade gesehen. Dank dir. Gestern war ein harter Tag. Seh's mir nach. Er ist Interview aufgezeichnet und danach dann auch auf Konzert gegangen. Und ich bin ja schon alt. Deswegen gibt es dann auch wieder hier schön was abzugreifen, wenn das Interview fertig ist. bin ich mal gespannt. Hier gab es doch den einen Geheimgang, wenn ich mich da recht entsinne. Gibt es den in dem Remake auch? Ich weiß zwar absolut nicht, was er bringt, aber ja. Schön, dass es das gibt. Das erinnert mich halt irgendwie auch mehr an Single of Evermore, weil da gab es so den einen oder anderen, wo man stumm durch die Wand gehen konnte. Ei, ei, ei. Entschuldigung. Berthi hat mir schon von euch berichtet. mal gucken, aber es müsste alles auf auf Max-Level sein. Ne, wo haben wir denn Boomerang-Orpair bekommen? Die Stahl-Scheibe. Warum sieht das nicht aus wie eine Scheibe? Da gab es nix. Ich habe einen weißen Drachen gesehen. Er sah richtig niedlich aus. Oh. Gab es hier irgendwas? Ah ja. Ich würde sagen, irgendwo war hier eine Kiste, die man gerne vergisst mit einem Sperr-Orp. König, mir doch egal. Waffen verwässern. Sperr-Orpair-Orpair-Orpair-Orpair. Alter und Tieren, die dem Mana-Drachen sehr ähnlich sind. Vielleicht habt ihr sie schon einmal in euren Köpfen hinwegfliegen sehen. Oh, ernsthaft? Ritter. König Pfifferling ist ein toller Herrscher. Meistens. Unsere Vorfahren konnten auf Drachen fliegen. Weiße Drachen, glaube ich. Gerade gestern wurde ein solcher Drachen in einer Höhle im Norden gesichtet. So. Hallo, King Pfifferling. Hallo. Du bist der Bannerheld, oder? Ähm. Ich habe schon von dir gehört. Und auch wir haben hier Legenden. Herbchen Music. Auf dem Rücken des Drachen. Das Schwert in der Hand. Rettet der Held. Das Marderland. Das Marderland. Kämpfte. Nehmt den Ausgang rechts im Erdgeschoss, um zur Höhle des Drachen zu kommen. Palast? Ich weiß, wo der ist. Doch findet er erste Drachen in der Höhle. Danach erzähle ich euch, wie ihr zum Palast kommt. Oh, und noch etwas. Oben habe ich etwas für euch. Ja. Danke. Hier dürfte passieren. So, dann hüpfen wir gerade noch mal ins Bett, da es alles voll ist. Und dann auf zur Natter. Ja, einfach weil die Animationen verschoben sind, ist schön. Auf jeden Fall, Lucy sieht das halt wirklich aus, als wenn sie mit dem Kopf so aus dem Bett raus hängt. So, bäh. Weil hier wenigstens haben sie nicht. Eh, Totalausfall, Internet. Alter, mein Beileidfaker. No Faker. Kein Scheiß, kein Scheiß, es ist no Faker. Ach stimmt, wir können ja endlich den, äh, den Bogen in den Wind hauen. Was nehmen wir denn mal? Ach komm. Habe ich sie hier nichts verpasst? Doch, ich habe dich mehrere Sachen gefragt und du warst nicht da. So, es hat ein Madamechen in der Hand. Klaue, Klaue ist auf drei. Ist klar. Dann geben wir, dann geben wir ihr den mächtigen Bogen. Die Koboldöse hat die Peitsche und die Peitsche ist full. Dann geben wir der Koboldöse den Bumahara-Hang. Okay, dann fragt noch mal. Äh, es ist, äh, ja, prinzipiell, ähm, die Pilze. Heißt er im, im Remake auch König Pfefferling und, ähm, die, die anderen, äh, sagen die auch so, ja, Tickenpilt heißt ich liebe dich und ein anderer sagt, äh, ja, ne, Tickenpilt bedeutet bla. Na, nach der Natter gehen wir unten noch mal alles durch. König Trüffel. Okay, das geht allerdings, muss ich sagen, König Trüffel. Wo nichts gegenüber König Pfefferling geht. Yay, hier droppen Bonbons. Die mächtigste Heilutensilie der zwei Wörter der zwölf Welten. Wolle. Die vier sind halt auch so nervtöten-Tanky, ey. Natürlich alle mit den Brecherwaffen schlechthin hier, äh, ist okay, aber ich find's wirklich behämmert. Nur die deutschen Namen wurden geändert, die japanischen, englischen sind alle gleich geblieben. Na gut, ich hab nichts anderes erwartet. Wie gesagt, ich denk mal, äh, die Rechte an der deutschen, äh, Übersetzung hier von, äh, Claude M. Mois, ähm, hat Nintendo und deswegen haben die das Ganze nochmal neu gemacht, oder es war denen halt, hm, zu albern, dieses Spiel soll ernst genommen werden. Ja. Aber ich sag mal, prinzipiell hat sich halt beim Remake, äh, was mich angeht, äh, alles, was ich im Negativen befürchtet habe, halt leider bestätigt. Ah, ja genau, die vier hier konnten, konnten Minos kacken, wenn ich mich da recht entsinne. Ja genau, Minos Eule. Ja genau, Minos Eule. Au. Hey, Captain Google, alles fit? Auch nicht gut überlebt. Kann sagen, ich möchte gerne da oben den Spawner killen. Hat der Speer auf 1? Der zieht aber ganz gut, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich finde den Satz, wenn man von den Goblins gefangen genommen wird, Remake doof. Es kommt ja nicht die Sesamstraße, es ist die Lindenstraße. Aber, ja. Was kommt denn beim Remake? Ich tippe mal auf Fußballspiel, oder? Mehr Lazy als Smart. Ich bin eh gut überstanden. Ah ja gut, ich habe gestern wieder Interview aufgezeichnet, diesmal mit Burning Wire. Und der Abend waren wir noch, äh, in der Nähe von Lore am Main bei Slingshot. Ist eine sehr, sehr gute, äh, Rock Cover Band. Deswegen erstmal, äh, zwei Stunden in die eine Richtung und dann nach Hause gefahren und wieder zwei Stunden in die andere Richtung. Hahaha. War aber cool. Und eine wunderhübsche, bezaubernde Nerd Dame kennengelernt. Schaut mir mal, was da draus in sich ergeben könnte. Hm? Wie schnell hast du den Kauz jetzt hier zerrissen? Ich kann sagen, das ist ein Minus Minus. Ein Minus Minus. Gott. Juhu, Rätsel Aura. Wo ich ganz ehrlich auch noch sagen muss, ist, ähm, wo mir schon davor graut, Donkey Kong 1 bis 3 zu streamen. Hahaha. So, den Anfang kenne ich persönlich ganz gut. Aber ich weiß halt auch, dass das Spiel gaaanz schön knackig wird später. Truff. Truff. Aha. Oh Gott ey. Weck mich am Arsch. Wollt ihr euch mal als Kind auch immer gedacht? Ey, du ziehst dich da mit der Peitsche rüber und alle springen so schön voll in diesen Erdnückel rein. Dieses Test, die sich nicht selbst fähl, so zack. Das sind scheiß. Was hab ich bei, äh, Think of Evermore, die, die Kosmoskraft geliebt, die einfach mal deine Waffe instant auf, äh, Max Level aufgeladen hat. Alles klar. Bam. Ach ja, Wollinger. Ach komm, scheiß auf die Minos, die anderen vier, die, die haben mal fünfmal umgehauen, bevor Minos mal Schaden nimmt mit seiner dicken Rüstung. Hört sich doch gut an. Kennst du das Desert Fest, Donnerrock Festival? Hab am Donnerstag vom Kumpel ein Ticket zugesagt bekommen. Vor allem schon tierisch. Äh, tierisch. Ja, klingt auch ziemlich cool. Ne, sagt mir nix. Ich bin halt nicht so der Festivalgänger. Ich geh halt lieber, ähm, auf nen Abend wohin, wo dann halt ein bis drei Bands spielen. Und geh dann auch gerne wieder heim, da halt auch die, die Diebstähle auf den, ähm, den Festivals halt immer heftiger werden. Mein mittelalter Hobby, äh, ich glaub, wenn da einer versuchen würde irgendwas zu klauen, dann greife ich nur neben mich und schnappe mal die Axt, Schwert oder Sachs. Und dann wird der Kerl gestellt. Na, ich hab, äh, lang genug Vollkontakt gemacht. Hahaha. Auch wenn ich sehr außer Form bin, aber... Naja. Ist fest, grüß dich! Ich beklaut, stirbt. Hahaha. Juhu! Hab ich's jetzt geschafft und... Ich glaub, der kann auf drei, oder? Kann ja auf drei. Hm, hm. Ja, Vorteil ist natürlich, wenn du um Dieb die Hand abhackst. Der klaut nicht mehr so schnell. Übertriebene Härte! Übertriebene Härte! Äh, gut, ich hoffe ja, äh, dass meine Community meinen Sarkasmus mittlerweile kennt. Hahaha. Und die Neuen nicht zu schnell abgeschreckt werden. Hahaha. Wir müssen, glaub ich, erst hoch. Wir sollen immer dran denken, wie die Diebe im Mittelalter bestraft wurden. Ja, definitiv. Aber, ähm, ich sag mal, ähm, wir haben da auch auf dem Markt, ich hab ja die, die abgehackte Hand. Haha, hab ich das auch mal gebracht. Äh, wo ein Kumpel dann halt den Dieb gespielt hat und, äh, ich ihm dann halt auch, in Anführungszeichen, die, symbolisch die Hand abgehackt hat. Da haben einige schon verdammt dämlich geguckt. Vor allem mit der falschen Hand. Huhuhuhuhu. Das war schon ein relativ derbe Effekt. Ahem. Ich sag mal, wenn du Foltershows auf einem, äh, auf einem Mittelaltermarkt hast, teilweise bei den Märkten. oder halt auch denkst du diese, alles klar. Sag mal, jetzt hier, eure BDSM-Spielchen muss man jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit, äh, ausleben. Hahaha. Ah, ich sag mal, jeder braucht ein Hobby. Ja, ich glaub, ich bin richtig hin, müsste der Opschalter sein. Auch ernsthaft. Da lädt man schon mal auf zwei auf und dann, äh, Feuershows finde ich immer super. Ja, ich will mit einer befreundeten, äh, Feuerspieler-Truppe, die, ähm, die Burning Dragons heißen, die möchte ich unbedingt eine Feuershow aufzeichnen. Ich sag mal, meine Kameras sind ja relativ lichtstark, die ich hab. Und, ähm, die, die beiden, die sind, die sind der Hammer. Die haben auch auf meinem Sommerfest, äh, ich glaub, so 14 war das letzte Mal, dass ich das Sommerfest veranstaltet habe, ähm, haben die auch, äh, Feuershow, äh, rausgehauen und die sind halt, die sind der Hammer. Haben vor allem halt auch nur Foodgeld gespielt, was ich ihnen sehr, sehr, äh, zu Gute halte für eine Non-Profit-Veranstaltung. Okay, dann ist es doch, Erdrutsch, äh, ich mein Schlammbombe, Entschuldigung. Guck mal, ist ein Felsen runtergefallen. Äh, gut, Frittentore Handab ist halt, äh, schon, schon ziemlich heftig. Ich sag mal, äh, körperliche Einschränkungen, jemanden aufzuhalzen, finde ich schon ziemlich, ziemlich übel, muss ich sagen. Guck mal den, jawohl. Oh Gott, ich seh gerade, der Tomatenmann Mofft, äh, hat, äh, gerade ein Worstplay hochgeladen über Primal Rage. Könnte ich ja mal anschreiben, der sagt immer, sag mir Bescheid, wenn Stream ist. Und ich vergesse ihm immer Bescheid zu sagen. Machen wir denn, Mofft, 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 Mofft. Hey Mofft, Stream läuft, komm bei, Signal of Mana, so. Hier gleich Karma, äh, Orkanschub kassieren. Ja, das ist mal ein bisschen schade, dass du halt, äh, so weit weg wohnst von hier. Weil ich hab eben gerade auch, äh, am Anfang war Jedediah ja noch, äh, im Stream. Er hat halt heute Tanzschule mit seinem Frauchen. Ich freu mich schon so massiv auf, äh, die, die Mittelalter-Saison dieses Jahr. Und, ja, durch das eine Jahr aussetzen, das, das merkt man schon gewaltig. Ach ne, ich dachte, ich dachte, der Mofft hat's gelesen. Ich sag, bei, bei Feuershows muss ich persönlich halt auch sagen, da zieh ich persönlich halt auch einiges an Unterschieden. Weil, ähm, ich persönlich mag die Feuershows lieber, die halt entertainen, als die, die nur auf Choreo bauen. Vor allem, ich sag mal, es gab ein Jahr, da, äh, hab ich mit meiner alten Mittelalter-Gruppe an die, ähm, 16 Märkte jedes Jahr gehabt. Und wenn du dann halt sehr oft die üblichen Verdächtigen hast, denen du auf dem Markt begegnest, dann, weißt du, so eine, äh, Show-Feuershow, die halt, äh, Spaß macht und, äh, immer was anderes ist, weißt du dann doch schon sehr zu schätzen. Oh, Lufis, äh, Lufis, genau, Lufis Waffenlevel ist gestiegen. Können wir den, den Mist auch endlich mal aus der Hand legen? Vor allem, man merkt schon gleich, dass die, ähm, die neuen Klamotten hier, äh, sehr tanky geworden sind. Ah, die Natter. Da ist sie. Ja. So, die dürfte, natürlich, Splitz-Zauber-Schwäche haben, nicht fressen. Ja. Dicke rote Zahlen sind immer gut. Was? Stimmt, der frisst vier, der war richtig teuer, genau. Boah, ey, was hat die denn hier für'n Schaden rausgehauen? Alter. Irgendwas, was eins braucht, ja, ich glaub halt hier nur, nur Rocky, aber ich sag mal, das ist auf jeden Fall dann, äh, schon mal, äh, besser als, ähm, den, den Zauber... aus dem Fenster geworfen. Was? Guck mal, der ist auch tot? Wir haben eben auch gelebt. Was hat die denn jetzt gekillt? Das hab ich gar nicht mitbekommen. Na ja, gut, dann gibt es heute zum ersten Mal die Erdnuss, äh, die Erdnuss, die, die Walnuss. Und die dumme Nuss streamt. Und dann machen wir Orkanschub, dann kriegen wir das viel garantiert auf jeden Fall. Danke, Koboldin. Danke für deinen Einsatz. Und weiter geht's. Was? Wie? Nicht und weiter geht's. Einfach nur Schwerdaub erhalten. Was? Ha! Ah, man kann sagen, Socke ernsthaft. Ich will ja nicht nur weit weg, ich bin auch chronisch pleite wegen Altlasten und meiner fehlten Disziplin, sonst hätte ich mir schon längst einen, hätte ich schon längst einen Sub da gelassen. Ach, weißt du, ähm, mir reicht da voll und ganz, sag ich dir ganz ehrlich. Wer gerne einen Sub da lassen will, kann gerne einen da lassen. Da freue ich mich natürlich auch drüber. Ähm, aber ganz hart gesagt, es machte Bock halt nicht fest. Ähm, machte Bock halt nicht fett. Ähm, deswegen, mich freut's, wenn ihr im Stream da seid, ob ihr dafür bezahlt oder nicht. Das müsst ihr selber wissen. Und, ähm, solange ihr da seid und wir zusammen babbeln und zocken können, dann passt das alles. Easefist fragt, was findest du besser? Secret of Evermore oder Secret of Mana? Schwierig. Beide Spiele haben, ähm, Sachen und Inhalte, die ich sehr mag, aber auch Sachen und Inhalte, die ich, ähm, sehr nervig finde. Single of Evermore war auch mein erster Super Nintendo Stream. Ha, 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 ha. So, ähm, das ist schwierig. Ich persönlich will auch ehrlich gesagt nicht sagen, ist Seagal of Avram oder Seagal of Mana besser, weil Seagal of Mana ist ja Kind der Zeit mit viel Zensierung, weil es halt nicht für das Super Nintendo CD Laufwerk kam, ist halt viel weggefallen, aber gerade halt die deutsche Originalversion auf dem Super Nintendo, wie ich es halt ja spiele, ich spiele ja hier auf Original, die hat halt ihren ganz eigenen Charme. Und Seagal of Evermore ist halt ja halt auch Cloud M. Moise übersetzt, was man halt sehr am Humor des Spiels mag, deswegen die haben beide halt ihren Charme. Hey Moft, grüß dich! Schön, dass du auch mal wieder am Start bist. Habe ich dich geweckt? Deswegen, beide Spiele sind halt absolut awesome und ich liebe beide. Eigentlich so ziemlich jede Großbox vom Super Nintendo hat mich eigentlich, ja überhaupt, ich wüsste nicht, wenn ich Super Nintendo spiele, was ich besitze, überhaupt enttäuscht hat. Ich bin unser eigenes Geist. Ich bin unser eigenes Geist. Ich bin deinem Geist.